hallo und herzlich willkommen zurück bei monster hunter world falls ihr meine letzten folgen verfolgt habt wir haben einen dodo gama erledigt und ich wurde von einer giganten platt gemacht zweimal wobei ihr es nur einmal sehen werdet außer es macht euch spaß jedes mal aufs neue zu sehen wie vor dem platt gemacht wird das müsst ihr dann in die kommentare schreiben dann muss ich halt doch aufschmeißen oder ich mag es im stream na ich weiß nicht irgendwie streamen liegen mir nicht so oder ich finde sie irgendwie komisch ist wahrscheinlich gewohnheit ich habe noch nie gestreamt bis neulich ich habe es mal ausprobiert eine stunde hat aber dann nicht wirklich funktioniert und bla 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 keine ahnung so herstellungsliste jetzt machen wir aber trotzdem mal ich verdrück mich ganzheit ich verdrück mich ich verdrück mich ich verdrück mich da drei blitz kapseln und wir wollen doch mal gleich zur quest aufbrechen mal ganz ohne umschweifeln ich meine ohne dass ein bisschen gelaber am anfang geht es nicht aber ihr wisst schon ich meine ich will ja nicht dass ihr den ladebalken verpasst kommt mir gerade so es wäre äußerst schlimm wenn ihr den ladebalken verpasst seht ihn euch an diesen wunderschönen ladebalken unten rechts wie er sich auflädt oh mein gott er ist weg also bitte könnt ihr jetzt wieder abschalten mein geschmarrer bleibt hier schaut mir zu schaut zu wie ich vermöbelte verdroschen und abgeschlachtet wir bekämpfen heute dieses dämliche rollende vieh und natürlich ich wäre nicht ich wenn ich mir den namen schon wieder vergessen hätte geil läuft 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 und wird man dass dieses fette vieh hier auch irgendwo rumgammelt hey fettsack putt 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 wir haben wirklich von oben runter gestiefelt kommen also was geht man mit dir habe ich heute nix vor also verpiss dich gut an der käfer ich meine ich habe einen haufen donner und ich weiß gar nicht mehr wofür ich das brauche aber kommen die mir hinterher ne die blande unten stehen ach da unten ist das ist nicht dieser fisch was zur hölle ist das ah verdammt ist der azune ratterlos ja komm hau ab alter leg mir morgens doch ich will den anderen platt machen und mich mit dem ratterlos rumschlagen rüst mir die blitzkapseln aus und hier würde auch nicht sein stürmts habe ich recht super ich hatte recht so ein scheißdreck oh oh bricht es hier aus azune ratterlos spuren komm verbisst euch oh das schaut schon geil aus habe ich schon bestimmt schon länger nicht mehr erwähnt ich finde es schaut echt geil aus was habe ich gekriegt drachenknochen relikt ja cool wenn es dir gefällt das ist nicht so als ob ich schon massig davon kunden hätte gut massig heißt wahrscheinlich drei oder so oder vier ja massig was wollen die denn von mir verpisst euch alter mit euch habe ich gar nichts am hut teufelspest six die habe ich ganz vergessen die muss ich einsammeln aus teufelspest kann ich diese starken tranken machen und was liegt hier rum ein gotterkäfer klar wenn es ihm gefällt der ist da unten da unten ist die sau komm zu daddy nein du arschloch wie er halt einfach weg rollt was ist das nein warte das sind diese explosions dinge was dir übrig lässt ne ich werde fast reingelaufen jetzt bin ich gespannt was ich ausrichten kann hallo jungen ich weiß gar nicht mehr was der kann ich hab so viel nur einmal erledigt war nicht jetzt allzu schwer aber scheiße ähm was soll denn der scheißdreck jetzt was macht er denn jetzt oh verdammt kann er denn die minen aktivieren oh oh nein andere richtung hauen wir einfach mal drauf alter mir soll fettes kinn auf dem boden klatschen oh 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 abgebrochenes teil hier wird fast gar nichts gemacht bist du älter ach du fettes kinn alter äh äh okay geh mal halt mal auf komm ich will dich reiten Junge hä ja klar was läuft bei dir komm her komm her ich will dich reiten du arschloch habt ihr das gesehen achso der kann da außen rumlaufen deswegen ähm geh weg aha ich war zu weit weg ich war zu weit weg ich war zu weit weg arschloch boah voll die fuße wegsensst ey ähm spar dir deine fetten kugeln Junge und grinding oh wow weißt du wenn er seine scheiß bombons mal für sich behalten können ich bin nicht interessiert Alter der ist echt schwach gegen Explosionsschaden kann das sein wow oh oh Arschloch Arschloch wow Arschloch Arschloch nein geh weg hey du fettes Kinn alter komm her ähm ist aber netz vor boah da klatscht das voll aufm Boden ey weißt du aber da gibt er sogar noch an mit seinem fetten Kinn oh Gott geh weg er kommt doch runter Fettkin Mr. Fettkin hä wow oh yeah bleib so stehen Junge nein hab ich ein extra du sollst so stehen boah und er kommt runter und voll drauf boah okay jetzt hat er mit seinem fetten Kinn mich erwischt äh nein ich brauche dieses Totalwespe und jetzt möchte ich bitte dass du mich ansiehst okay ich glaube Entschuldigung ich glaube der ist zu weit weg sieh in die Kamera Troppel Alter wie er sich halt trotzdem noch wegdreht boah boah das nenn ich mal nen Feuerfurz alter boah scheiße ah 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 oh warte oh 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 Alter wie er halt sogar Schaden damit macht der Demo mich nur ähh Megatrank wäre wahrscheinlich ganz angebracht komm hau den zicken rein da Alter wie er halt einfach so läuft mit seinem fetten Kinn um den Boden haut ich weiß ich hab das jetzt schon zehnmal erwähnt aber komm damit damit träumen wir nicht komm mit denen jetzt moppen wie ein kleines fettes Kinn was zur Hölle ich hab noch grad seinen Schwanz schon abgehauen oh oh du bist auch nicht grad der hellste oder? oh oh ey guck was wir mal machen mit so'n fetten Kinn Alter Alter grad weg die kleine Sau wie er halt noch schnell mal seine seine Eier glich kann das mal bitte explodieren kann ich mich hier instellen? ja kann ich ich kann auch den Boden ausnehmen klar seltenes Uraganer Material Uraganer Schild alles klar da unten ist er doch schon warum so hell der sich überhaupt gerollter wäre im hinlaufen genauso schnell gewesen ja was soll ich erwarten Alter wenn wahrscheinlich wenn wahrscheinlich sein ganzes Gehirn in seinem Kinn steckt oder so du Arsch jetzt bleib mal oh verdammt ich können die dämlichen na gar nicht mehr so imposant wenn man bloß wenn man bloß noch äh ein viertelten Schwanz hat oder so oh Gott wahrscheinlich kommt jetzt auf mich zugrollt nein 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 ah verdammt normal normal rollt er doch bloß kürzer oh oh er schau ok doch ne dreh dich rum oh verdammt ich hab vergessen dass sein Kinn so fett ist äh soviel aushält sagen wir mal so oh 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 Gott sei Dank schnell 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 klatsch dir in die Fresse der und sein fettes Kinn Oh, oh. Oh, nochmal weg. Ist der gerade umgefallen? Ist der dumm oder so? Wisst ihr, und dann wundere ich mich, weil ich mich die ganze Zeit bloß über sein dummes Kind lustig mache. Aber er ist einfach dumm. Tut mir leid, schaut mir doch an. Schau, jetzt hat er sich schon wieder hinklegt. Ist der blöd oder so? Oh, und nur mehr drauf. Ja, ja, Moll, nur mehr rum. Oh, okay, jetzt hat er mich erwischt. Oh, oh. Oh, er ist ausnahmsweise mal nicht auf die Fresse gefallen, nachdem er seine... Oh, Gott. Was war denn der kacke jetzt? Jetzt war doch aggressiv, oder? Okay, nicht, dass ich vorher nicht auch schon aggressiv gewesen wäre. Oh, scheiße. Was zur... Ist der schon wieder da? Okay, jetzt müssen wir uns mal kurz verpissen, weil ich einen Wettstein benutzen muss. Machen wir mal hier. Mir kippt öfter, denke ich mal, nicht rumreihen können. So, was machen wir jetzt? Hopp, Lieferung. Mach mal. Ah, verdammt, der dumme Sau ist hinter mir hier, oder? Ja. Hier ist ein fettes Kinn auf dem Bogen. Ah, scheiße. War echt zu nah vorne gestanden. Was ist denn jetzt los gewesen? Hä, ist der jetzt schon wieder abgehauen, der andere? Weißt du, wir kommen mal auf den Sack gehen und dann abhauen. Oh. Hallo, ich laufe ohne Geduld. Ach, verdammt. Warum ist das jetzt so schnell explodiert? Oder haben die so, wie so einen Ernährungszünder? Ja, genau, komm her. Jetzt macht er hier auf. Ich renne hier hin. Und voll in die Waffe. Nein, 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 nein. Und nochmal. Scheiße, ich bin zu früh gerollt. Nochmal ist der Hilfe dran. No, 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 no. Oh, ma. Alter, wechselt ihr euch jetzt ab oder so? Habt ihr euch abgesprochen? Oh Gott, der haut mich mit seinem Kinnblatt, Mann. Geh weg. Du kleines Arschloch. Du unterbrichst einen Kampf von Mann und Fettkind. Alter, wie er halt einfach auf die Seite rollt. Ja, wir haben voll umhauen. Was, ich kann doch nicht mal angreifen, weil die blöde Sau ständig mir auf den Sack geht. Ist er tot? Nein, wir sind ja nicht. Schläft der hier? Sollen wir der Scheiße aufhören? Hauptwesper her. Danke. Oh, jetzt flippt er aus. Alter, wie wir halt voll nicht wohnen sind. Oh, oh. Wow. Ey, das war für knapp ein Arschloch. Äh, ich will nicht sterben. Geh weg. Alter, wir... Der Rollos ist schon ziemlich ein Wichser, ne? Boah. Was ist denn der Scheiß? Greif den anderen an, in mich? Ja, genau. Was ist denn so? Kannst du dich mal verpissen? Boah. Boah. Ja, toll. Ein Knockdown. Ja, greif den Rollos an. Das ist nicht weg. Boah. Megadrank. Megadrank. Hä? Der sabbert echt jetzt Gift umeinander. Oder wirst du mich trollen? Boah. Traderlos, du bist auch ein Trottel, oder? Ich meine, der holt voll mit seinem Kinn. Oh. Ach, jetzt rennt er weg. Was für eine Pfeife. Der Fighter die ganze Zeit voll... Hä? Ähm. Und jetzt? Wo kommt er denn jetzt raus? Ey, wie er halt voll die Abkürzung nimmt. Feige Sau. Muss ich eigentlich jetzt hin? Da lang. Ja, sag's doch gleich. Scheiß Käfer. Ist er hier oben? Ach, der ist hier dann nach oben. Ja, aber ist der jetzt eigentlich schon so den Tode nahe oder so? Ich meine, ich feige jetzt schon eine Viertelstunde gegen ihn. Ich habe nur schon ziemlich ramponiert, die Sau. Ja, hey, was geht? Schau, was ich kann. Warte mal, hier ist ein blöder Frosch. Komm her. Ich habe hier eine Leerhebenkröte für dich. Ach, jetzt macht er eine Pause. Na gut, mache ich auch eine Pause. Steak ist immer gut. Ach wirklich? Jetzt kommt der andere wieder. Ja, ich bleib hier mal stehen. Oh oh. Alter, wie er sich halt direkt unter die Kröte stellt. Ähm. Ah, jetzt. Was zur Hölle, sie hat es explodiert. Ach, das Arschloch. Der ist gelähmt, Mann. Ich habe das so super hingebracht. Na komm, die kleine Schlampe. Von da oben. Die will mir auf den Sack gehen. Boah, das war aber auch knapp, dass der mich jetzt nicht platt gemacht hat. Du nicht so behindert, Alter. Und hau weiter zu. Oh oh. Ja, ja, ja. Alles ist gut. Ich werde dich von deinem fetten Kind erlösen. Oh oh. Wow. Wow. Mal ruhig so viel rum, wie du wirst. Irgendwie ist der einfacher, wie der andere. Ja. Nein, da springen wir mal weiter. So. Scheiße, hä? Voll mit dem Kinn gegen die Wand. Na super. Ja. 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 Und nochmal. Wow. Aber vorher hat er. Hier. Der strengt sich ja nicht mal richtig. Aua. Der strengt sich doch nicht mal richtig an, oder? Kann es sein? Das ist unfair mit so einem fetten Schwanz. Oh scheiße. Das war jetzt nicht die beste Idee. Aber wir haben ja da unten noch was. So. Kann weiter gehen. Raun. Achso, ja. Die Nummer mit seinem Kind. Komm. Wenn der direkt auf der Höhe steht, ist das unfair. Oh oh. Was macht er? Was macht er? Achso, er haut ab. Arschloch. Warte, 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 warte. Wespenlieferung, komm. Ich bin sofort zum hinlaufen. Hallo, mach. Dankeschön. Rutscht man doch eine Runde hinterher? Oh, mir da pennt. So süß und unschuldig. Und mit einer Waffe im Kopf. Okay, doch kein Kopf. Da kommt man immer weiter, immer mehr. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du kannst dich auf den Maul wie du willst. Wow. Hat er mich gerade springen lassen? Ich hasse es, wenn ich gegen meinen Wild springen muss. Naja, eigentlich ist mir scheißegal, aber... Irgendwas musste ich ja sagen. Wow. Hör mal auf. Ich stehe nicht, davon zu retten. Hohoho. Oh. Also es sind halt Lahmertaten, das ist das Problem. Oder sein Problem, Mann. Das ist ja nicht meins. Oh, verdammte Scheiße. Hör mal auf mit dem Kinn auf deinen verdammten Boden zu hauen. Oh, oh. Oh, oh. Boah, ich hab's gewusst. Liegenbleiben, liegenbleiben. Boah, der ist... Alter. Da wär ich jetzt fast verringt. Was der Hellen macht er denn? Oh Gott. Nein, 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 nein Scheiße, ich hab mich dasselbe ins Ecke manövriert Ey, stirb endlich Warte mal, der da hinten noch eine Wespe irgendwo hingeht, oder? Nein, Rani, Scheiße Bring mir eine Bist du eigentlich bescheuert, da unten zwischen den ganzen Viechern umzudrehen? Aber jetzt mach, hör auf sich selber zu halten Ja, schau mal hier ein bisschen zu Ich hab doch noch eine Ration übrig, naja Aber jetzt greif Na super Oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg Mann, er muss furzen Hä? Ist das noch jetzt los? Ich dachte, der hat aufgeladen Ah, Scheiße Ach komm, du Scheißkatze, hör auf immer zu mir zu locken Oh, nochmal Oh, nochmal Ja das war mir klar Das war mir klar Wie er halt schon angestiert hat Verdammte Scheiße Jetzt spinnt er aber Ach und jetzt haut er ab Arschloch Hä was ist denn jetzt das Geh mal weg Bombenkäfer Achso Du kriegst aber bloß eine Pfläuerbombe Na gut Hat dir fair gelohnt Jetzt müssen wir erstmal wieder die Waffe Ich vergesse immer das Schnellmenü zu benutzen Gebe ich zu Habt ihr bestimmt auch schon bemerkt Ist halt so Alter ist da schon wieder Ist da schon wieder ein zweites Monster Ich sehe doch auf der Karte noch irgendwas Okay doch Hey alter Was passiert hier? Letzze Yes man Oh Gott ich stehe direkt neben so'n scheiß Ding Wenn er von allein rollt Gefällt es mir gar nicht Boah alter Ich weiß noch mal gar nicht wo ich denn treffen soll Boah Trotzdem zu nah Jetzt hab ich es rechtzeitig gesehen und draußen trotzdem zu nah Ähm So ne scheiße Ist net so schlimm Ist net so schlimm Solange ich net noch ein zweites Mal freck will Dann hab ich Schiss Aber ich hab keine Ration mehr Fuck Ich müsste mir mal Fleisch braten oder so Warte mal Kriege ich durch diese Ausdauer Viecher eigentlich auch was? Nein kriege ich net Shit Das heißt ich muss jetzt mit der Ausdauer haushalten Wo ich hab Aber Mal anders da ausgedrückt Der Ist auch nur neben dem humpeln oder? Oh komm Wirklich Zwei Bomber gegeneinander Wo? Ja sehr gut Und wieder greift mich jetzt an Ja Glück Wo bin ich? Da bin ich Hä? Was ist jetzt los? Hat meiner Schiss? Auf hier rum zu pusten und baue den ab Lava brocken Besteht aus verschiedenen Okay jetzt ist der wieder abgehauen Ja feige Sau ist der Beetlejuice schon Ja Irgendwie will ich immer Beetlejuice sagen Aber das darf man nie dreimal sagen Sonst taucht er wirklich auf Beetlejuice So dann können wir noch ein wenig Spuren noch ein wenig aufnehmen Das ist Beetlejuice Kann man Kriegt man eigentlich auch ne Missionen so zu töten? Ich mein Das ist ein nerviges Vieh Muss man dazu sagen Aber Dieses Gesicht halt Ne Yes Erledigt Uraganer Schuppe Monster Spitzknochen Bla 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 Hochwärtiger Knochen Und was kriegen wir? Einschüchterung zu wählen Okay Klar Ich schüchte ja auch gern so viele Monster ein Niveau zehnmal so groß im Weg So In der letzten Folge Dudu Gan Und in dieser Folge Uru irgendwas Oder Nanantin auch Das fette Kinn Oder Das Kinn 2 Oder Mehr Scheiße fällt mir dazu Moment noch nicht ein Verdammt Ich komm denn auf mehr So ein Dreck Ne So Kurz die Uhrzeit checken 0 Uhr 43 Jetzt wird es dann mal Zeit Dass ich in die Falle gehe Die Argossi ist zurückgekehrt Weiß ich Ich habe schon was gekauft Von der alten Äh Von dem Schiff Von der alten Schmiede Wir wollen doch wissen Was der für eine Rüstung ausspuckt Weil die müsste ja auch komplett anders ausschauen Wie es normal Hätte ich gesagt Hätte ich gesagt Ausrüstung schmieden Rüstung Rüstung Uraganer Set Na super Ist das Selbem ist über dem anderen Ne Wow Was für eine fette Scheiß Rüstung So schaut es eher aus wie ein Transformer So schaut es Ne Schaut es auch wie ein Transformer aus Ich bin Optimus Prime Ich bin hier um die Autobots zu ver- Ah nein Warte mal Ob die Boah scheiße Die Autobots waren ja die guten Hier haben die anderen nochmal geheißen Die Decepticons zu vernichten Mie 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 Ähm Donnerwiderstand Teilzeitzerstörer Erleichter das Brechen oder Abtreten Ja gut Hätte ich mir fast denken können Verteidigungsboost blocken Teilzeitzerstörer blocken Ich bin keiner der wo blockt Ich bin Ausweichmanöver Spezialist Aber Wir wollen jetzt auch wissen Ob ich vielleicht jetzt Irgendwas gefunden hab Um mein verdammtes Schwert zu verbessern Und Ach es fehlt mir immer noch das Was ist das Mh Ich mein Sora Magdoros Kamp Sora Magdoros Pleura Feuerzellenstein Verstehe ich vollkommen Aber was ist das da oben Ein Icon ich weiß Aber Ja gut Okay Ich speichere jetzt kurz Und Gleichzeitig bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen Und Ich gehe jetzt noch schnell mal meine Rüstung verbessern Und Wie gesagt Wenn ihr Bock drauf habt Lasst ein Abo Oder ein Like da Wenn nicht Auch nicht so schlimm Ich bedanke euch mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen Und Macht's gut Und Servus Ich gehe jetzt noch mal meine Rüstung Ich bin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.